Moin Moin und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Simulator Bus Simulator 21. Ja, wir haben letztes Mal den Job hier erledigt. Millbrook. Wir sind hier noch in Millbrook. Warum fährt der nicht weiter? Kannst du mir den Bus schenken? Nein. Bleibt alles ganz stehen. Naja. Und wir fahren heute mit drei Stadtteilen miteinander verbinden in 15 Minuten. Und dann hoffe ich mal, dass wir das überhaupt in 15 Minuten schauen. Und jetzt fahren mit dem BAM. Da kriegst du mal. Da sind wir ganz schön schnell hier. Ach so. Den Neuschwan habe ich nicht gesehen. Ja, finde ich auch. Und wir sind schon wieder zu spät. Ach so, ich muss die Tür auch aufmachen. So, dann fahren wir jetzt mal. Ah, nur noch 26 Sekunden. Ihr bleibt da stehen. Ja, Millbrook haben wir abgeschlossen. Das finde ich gut. Millbrook ist aber auch schon auf Stufe 3. Und ähm. Mal gucken, ob wir die hier in 15 Minuten schaffen. Ja, super. Ey, das ist... Also, manchmal zwei Flächen, ne? Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwirrt. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja. Sag klar, Schatz. Aber klar. Genau, ja. Und Käse auch, ja. Und den Müll natürlich. Tschüss. So, jetzt können wir Gas geben. Das ist nicht dein fucking Ernst, Alter. Ja. Und dann. Also, heute ist es mit der Wunder, ne? Bleibt da bloß stehen, ey. Genau, rennt mal. Achso, ich hab noch wieder keinen... Ähm. Ich hab schon wieder nur Sonderfahrt drauf. Aber ich hab mir den auch direkt gestartet, ne? Von daher bin ich mir eigentlich... ...sozusagen hingefahren. Ach, was für eine Strecke hab ich mir ausgesucht, ey. Das ist ja unglaublich. Aber ich mag den Bus. Achso, ähm. Ja, vielleicht... ...fahre ich nächste Folge mal mit einem anderen Bus. Weil wird er langsam... ...wird er dann für euch auch mal langweilig, wenn ich immer denselben Bus fahre. Aber ich finde den voll cool. Okay, wir können auch noch mal neue Busse kaufen. Aber hier mit einem... Guck mal, das sind so Ausweich-Bus haltestellen, ne? Die sind nie zum Einsatz gekommen. Ich weiß nicht, warum man die benutzt oder eingebaut hat. Weil Baustellen gibt's hier nicht. Vielleicht mal... Vielleicht erinnern wir erstmal, dass man hier mal... Beim 18er war ja auch mal, äh, manchmal, äh, Baustelle. Und dann konnte man da nicht lang... ... oder die, äh, nicht... ...benutzen... Mist. Die habe ich übersehen. Ich hab gedacht, er ist schon, ähm, wieder ein Rollstuhlfahrer... ... den ich wieder übersehen hatte. Guck mal, jetzt sind wir wieder in Millburg. Aber ich soll durch alle Stadtte... also durch drei Stadtteile, ne? Also ich hätte auch, äh, andere Stadtteile gewinnen können, ne? Von daher, das wäre ja... ...jacke wie Hose gewesen. Und ich hab die, das... ... die einfachste Rute hier. Da hab ich nicht aufgepasst, deswegen sind wir jetzt auch zu spät. Perfekte alte Position. Und nehmen wir 40. Und wieder Kohle kassiert. Ups. Ich brauche eine Fahrkarte. Jo. Wir sind die Einzige, die wir jetzt gesagt haben. Die anderen sagen überhaupt nix. Normalerweise... Alter! Ja, genau, gut mal. Da kann ich auch. Zeige mich mal wieder von meiner besten Seite nicht. Entscheint hat er mir das... ... geradeaus. Ja, finde ich auch. Glen Rose Arena, da müssen wir auch noch 25 Gäste hin und nach... Achso, die Werbung wollte ich ja offline machen. Geh mal weg jetzt! Tschüss! Ich glaub, das machen wir jetzt gleich zusammen. Oh, da stehen aber ganz schön. Genau, wir sind ja am Bus am fahren hier. Oh. Oh, da sind schon neun Stück. Zehn. Elf. Oh. Ja, hi. Hallo. Achso. Ja. So weit muss man starten. Haben wir dann 13. Oh. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Eine Elster. Da gibt es diesen Kinder rein. Wie einsam allein. So zwei. Oh. Oh. Wie eine besenkte Sau fahr ich hier. Und was meinen Damen haben wir es geschafft. tschüss jetzt haben wir geschafft haben wir geschafft okay ein hat so jetzt so mal verlassen wir so und dann und wir müssen spring werbung drei besucher der erste bergung spring wunderbar wunderschön oder das ist doch nur für dieses fahrzeug wenn er nur auf dieses fahrzeug was du mein schild änderungen so so jetzt schaut euch das an spring weg da steht immer noch milburg haben wir verstanden dann steigen wir mal aus jetzt hier aber warte mal wir haben wir können auch einfach mal hier einen bus kaufen einfach mal so so das vorfahren was haben wir denn noch nicht in den namen auch noch nicht sieht er eigentlich noch irgendwo besitzt der normale zitao den mann und nicht das ist auch ganz neu ist er hat mir drei türen auch schon einsteigen und er kippt mir auch die spring break werbung ich brauche keine testwarten und jetzt fahren wir mal hier warum schickt er mich da dann das für quatsch fahre da lang ah jetzt hat er es geschnallt warum sind hier 14? hat es hier geregnet? ich guck noch mal ob irgendwie der sich fährt hier ne? und äh der bremsen tut ja schon mal scheiße da war man ab vorher musste man das ja mal betätigen hier ja 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 hier ist ja voll langsam keine ahnung aber wir sind ja sowieso dran da so fangen wir mal rein zack boah ja im wendekreis aussehen und das ist das ist der knaller ne mit dem fall ja auf jeden fall nicht boah ja krieg mal die pimparellis so 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 ja ich hätte jetzt auch sagen können auf alle dann wären wir schon längst weiter aber ich will nicht auf alle von daher ja und wirst du warte ich verkaufen wir einfach noch einen weißkarten schnell reise hin ja kauf mal nochmal hier warte mal 10g 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 elektro und kauf nochmal einen elektrobus hat sogar vier türen und der ist auch cool hoffentlich und geld ohne ne ja fahr boah hier sind wir so schön leise ok der ist ganz schön laut boah gucken wie er bremsen kann ja ganz schön gute bremsen ich mag den ich glaube den nehmen wir als nächste folge ja finde ich gut und dann brauchen wir noch die 25 fahrgäste boah boah guck mal der ist leichter zu handeln und dann brauchen wir noch mal springware ja nächste aufgabe erledigt und mit dem hier fahren wir dann noch mal die nächste tour in der nächsten folge würde ich mal so vorschlagen so hier halten wir jetzt und dann würde ich sagen ich bedanke mich hier fürs zuschauen wie jedes mal und wenn nächste war nächste folge mit dem bus dieselbe strecke und hoffentlich die strecke abschließen also ein neuer job die äh wie heißt es jetzt nächste nächste woche nächste folge werden wir dann hoffentlich die hop mission abschließen und äh weitere eine weitere mission kriegen und äh ich bedanke mich fürs zuschauen lasst ein daumen nach oben da und lasst ein abo da wenn du mal auf dem kanal bist ich würde mich freuen wenn ihr mich weiter supportet dankeschön fürs zusagen bis zum nächsten mal wenn es heißt let's play bus dem lad 23 ciao ciao